In the heart of battle. Was so angefangen hat, ist alles 2003, Speedy, Eugen und ich haben da die Reckless Crew gegründet. Wie das halt so passiert, man trainiert zusammen, man tanzt zusammen, man kommt um die Welt, man reist durch ganz Deutschland, dann kommt der eine dazu, dann der nächste dazu. Es bildet sich halt so eine richtige Freundschaft aus, so eine familiäre, sag ich mal. Eine richtige Familie. Ich war 2003 und 2004 auch das erste Mal beim Bell of Sea am ersten Mal angeguckt. Na klar, wenn man das sieht, will man unbedingt dabei sein. Aber das ist einfach das Besondere, dass in der Laufbahn der Breakdance-Geschichte eines Tänzers ist man der Meinung, also bin ich der Meinung, muss man einfach mal auf der Bühne dort stehen. Wir erhoffen uns einfach erst mal nach zehn Jahren, oder ich weiß nicht, Flying Steps durch 2000 gewonnen. Und von Fellas war glaube ich auch mal auf der Bühne einfach wieder als deutsche Crew in die Battles zu kommen. Herz schlägt ein bisschen schneller als vorher, aber Tunnelblick einfach durchziehen, das Beste geben. Versuchen so ruhig wie möglich zu bleiben, konzentriert. Ja, noch geht's sogar, aber gleich, wenn die den Namen aufrufen, dann... ... ... ... ... ... ... ... ... ...